Arschhoch. Hier. Arschloch. Pendejo. Yangabi. Kuna. Kauweda. You little fucking bitch. Kauw. Waffanculo. Zakenat. Benchoed. Also so klassische Beleidigungen gehen von das normale typische Arschloch oder Wichser, Hurensohn. Viele, viele Beleidigungen. Na ja, ich bin jetzt nicht so eine Person, die wirklich Leute beleidigt. What about someone who can't hold the liquor? Weichei. Meistens red man immer bald bei Männern. Männer sind, wenn sie halt so ein bisschen schwächer sind, nicht so der starke Mann oder sowas, dann sagt man, dass hier jemand ein Weichei ist. Was ist das? Was ist das? Oh, Thai? Weichei. 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 Es ist ein schwächer. Duer fucking mitzuhal wäre ja, das wäre ja sehr stark. Das ist toll. Leute, die Leute zu uns auszultern? Ja, gabi, taaligini. Ja, kelb! Marsoi, jada. Mostly here, we don't like insulting people. It's a shame. Um, actually, marika, lo usamos todo el tiempo. Oigan, osiago norrea. Cuando tienes mucha rabia. Cuando te hacen algo muy feo. No se, hijueputa. O cabrón. Oigan, Mama's boy, Drei, Sissy, Idiot, Retard, Asshole. Was sind die schlechten Insults in Japan? Pizzo di merda. Coglione. Sei un cafone. Oppure uno che non si sa comportare. Sono questi. I can go on. Maadar Chodh. Chutia. Gandh ke Latte. Gandhu. Hey, Indiawale, how are you making money? No, no. That's not the thing. I'm taking a gochalak. I have a mandate. I'll just say that. I'm not listening to that. We're talking about who are talking about. We're talking about who are talking about. We're talking about the world. If we're talking about this, if we're talking about English, give it to me. 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 Fuck that shit.